Willkommen zurück zu Dementium. Wir werden jetzt laut meinem Plan, ich glaube, genau hier durchgehen. Mal schauen, was dann passiert. Okay, ein neuer Gang. Oh nein, ich laufe jetzt. Hier ist nichts, hier ist nichts. Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Wieso bremst der? Okay, hier kommt gleich eine Tür, aber super. Kontrollpunkt. Okay, wir haben also mal wieder einen Kontrollpunkt, worüber ich jetzt gerade wirklich sehr glücklich bin. Weil wir ja sonst hätten immer wieder von vorne anfangen müssen, wäre ich jetzt gestorben. Hier kommen wir hier durch, hier will ich jetzt aber noch nicht lang gehen. Ich gehe erstmal hier runter zu. Also so langsam steige ich dahinter, muss ich sagen. Mal gucken, erstmal hier. Die Tür gar nicht aufmachen. Okay, dann halt nicht. Die auch nicht. So, und hier ist nichts. Nee, okay, ja, dann gehen wir hier durch die braune. Hier gibt's unglaublich viel, ähm, Gesundheit. Funktionen. Das lässt ja schon wieder irgendwie auf irgendwas schließen, oder? Aber wir haben doch gerade erst einen Miniboss gehabt. Ich brauche jetzt nicht schon wieder einen. Und da hier auch nichts weiter drin ist, habe ich jetzt wirklich diese Vermutung. Na gut, wir werden sehen. Drumherum kommen tun wir eh nicht. Oh nein, ich hab's geahnt. Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Auf dem Rollstuhl. Oh Gott, der trifft mich ja. Uah. Der lädt nach, okay. Okay, also der lädt... Ah, okay, der hat nur eine gewisse... Das ist ja einfach jetzt. Der hat nur eine gewisse... Uah, Anzahl an Schüsse. Ich bin schon gleich mehr tot. Und jetzt müsste er gleich... Ja, genau, jetzt versucht er nachzuladen. Okay, und mal wieder auf den Kopf schießen. Allerdings mach ich mal das Ding ein bisschen höher. Okay, hier trifft der... Das ist ja geil. Also das ist ein einfacher Boss. Aber trotzdem... Sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ach schade. Ich dachte, wir können ihn dreimal treffen. Äh, zweimal. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen rum. Dass ich mich dann nicht wieder anschießen lassen muss. Ja, okay. Drei, vier, fünf. Okay, fünf Mal kann er. Fünf Mal kann er. Okay, das ist sehr einfach. Okay, ich sollte meine Munition nicht verballern, um zu probieren, ob ich mehr schaffe. Uah. Vier. Fünf. Ja, okay. Also das ist... Also der Endgegner ist wirklich sehr einfach. Den finde ich einfacher als den Dicken. Okay, lauf. Oh, was hat der denn jetzt? Hat der jetzt hier noch Stinkies? Oder was ist das? Nebel? So, wir haben ihn gleich. Ja, der ist echt nicht schwer. Das finde ich gut. Oh Gott. Der wirft irgendwas. Oh, wir haben ihn. Beim ersten Mal. Also ich bin echt gerade ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Okay. Wir gehen jetzt hier lang. Und dann wieder hier lang. Gut, also der war wirklich easy. Also der ist ja... Also das finde ich sehr schön. Der war mit Überlegung. Also man musste schon gucken, wie man es macht. Aber nicht doll schwer. So was sind wir natürlich am liebsten. Weil bei so Endgegnern verzweifle ich ja gut und gerne mal. Aber da fand ich den Fetty wirklich schlimmer. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ich bräuchte jetzt unbedingt mal Gesundheit. Unbedingt. Das ist halt so nicht wahr. Aber ich hätte ja gern... Was war das? Öffnen. Ach, die Tür bestimmt. Ja, verschlossen. Was? Der Silber... Der silberne Schlüssel! Wir müssen wieder zurück, Mädels und Jungs. Ich hätte vorher schon gern mal noch ein bisschen... Ja, Munition liegt hier. Ah, hier! Ich hab's gar nicht gesehen. Super. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo wir wieder hin müssen. Weil das ist ja doch ein ganz schönes Stück. Ah nein, wir kommen hier durch, glaub ich dann. Wo sind wir am Anfang? Wir sind hier unten gestartet. Na, mal sehen. Wir sind wir hier nicht gestartet sogar. Wir müssen unbedingt zu diesem Büro zurück. Hier kommen wir jetzt schon wieder raus. Da will ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Ah, hier kommen die Schreifiecher schon wieder. Okay. Also, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich komplett das ganze Stück nochmal zurückrennen. Weil geradezu kommen wir nicht. Runter kommen wir auch nicht. Also, wir müssen wirklich nochmal komplett zurück. So, machen wir das doch. So, mal ein bisschen zügiger jetzt hier. Schade, dass da nicht irgendeine Abkürzung jetzt drin gewesen wäre. Das finde ich wirklich schade. Hm. Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich voll spannend für euch. Aber, da wir schon nicht das Foto gefunden haben, möchte ich doch wenigstens diesen Koffer öffnen. Okay, laufen, 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 laufen. So, hier lang. Plan. Da geht's nicht lang. Ich muss jetzt hier lang. Und da durch. Oh, komm, lauf schneller jetzt, genau. So will ich das haben hier. So. Um hier lang. Komplett gerade und in der Mitte. rum, oder? Ja. So. Hier läuft der ja wieder so langsam. Aber gut, hier ist ja nichts, soweit ich weiß. So. Entschuldigung, dass ich immer wieder drauf gucke, aber ich muss. So, hier runter, hier lang. Und gerade, ach nee, hier sind wir auch nicht lang gekommen. Also wir müssen jetzt, ja, erstmal gerade. Oh nein. Bitte nicht. So. Jetzt sind wir hier, hier, hier. Genau. Und jetzt müssen wir aber gerade zu wieder. So, gerade zu. Nee, wir sind nicht gerade zugelaufen, aber das macht nichts. Da laufen wir jetzt rechts. Okay. Dann laufen wir jetzt hier lang. Genau. Und gerade zu. So, jetzt sind wir hier. Ich hab keine Ahnung mehr, wo dieses Zimmer war. Irgendwo ganz am Anfang. So. Einfach geradeaus bis zum Schluss. Gibt's nicht lang. Eben hier lang. Jetzt bin ich hier wieder. Da will ich doch aber gar nicht hin. Ich will auch da runter. Ich will auch da runter. Komm, ich bin ja wieder oben, ne? Nee, hier lang. Nee, jetzt bin ich ja wieder oben. Da will ich ja nicht hin. Wozu komme ich nicht? So, ich zu links dann muss ich. Mann, das ist voll schwer. Mann. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Wollt ihr mich verarschen? So. Ach, ich komm von hier. So. Ich geh jetzt einfach hier durch. So, jetzt bin ich hier. Komm ich aber nicht durch. Von hier bin ich gekommen. Glaub ich eben jetzt hier lang. Ja, hier ist man richtig. Nee, hier bin ich auch nicht richtig. Und wo bin ich denn gekommen? Ich bin doch aber hier unten irgendwo lang gegangen. Leute, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich mache jetzt 13 Minuten, habe ich gerade gesehen. Ich mache jetzt einfach einen Schnitt hier. Ja, ich spiele jetzt bis dahin. Ich suche den Weg mir jetzt selber. Und wenn ich dann beim Koffer bin, dann mache ich es jetzt gleich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.